Sali, Deborah. Hallo, Daniel, hallo. Schön, dass du dich zur Verfügung stellst. Gerne, ja. Ich gebe dir einfach ein paar Fragen. Gerne. Seit wann hast du das Problem mit deinem Heuschnuppen oder Aschma? Ich habe das seit ich Kind bin und immer im Sommer drei Monate. In den schönsten Monaten des Jahres habe ich Asthma und Heuschnupfen. Und dann wird die Zeit zur Qual. Ist ja schade. Was hast du bis jetzt dann gemacht gegen dieses Leiden? Ja, eigentlich nicht viel. Ich habe es immer verdrängt und gehofft, es kommt dieses Jahr dann nicht. Und im letzten Moment habe ich dann die Tabletten genommen, Antialergikum und Aschmaspray mit Cortison. Das hat schon geholfen, aber ich war dann immer so müde von den Medikamenten. Du hast mir gesagt, du wolltest ja auch mal ein Cabrio-Auto haben, damit du da in der freien Natur gehst. Das wäre ein Wunsch von mir, mal ein Cabriolet zu besitzen, aber ich habe mir dann überlegt, das macht gar keinen Sinn. Ich kann dann ja gar nicht offen rumfahren, wenn es am schönsten ist in den Sommermonaten, weil ich da ja meine Allergien habe. Gut, und was machst du jetzt gegen das? Letztes Jahr habe ich dann das Curcumin und das Wasser ausprobiert. Über drei Monate habe ich das genommen und das hat mir sehr geholfen. Ich musste dann nur etwa zwei Wochen lang zusätzlich Medikamente nehmen und ich habe mich fit gefühlt, gut gefühlt. Die Symptome waren sehr viel weniger. Ich nehme mich am Morgen so eine Portion und momentan nehme ich auch am Abend noch eine zweite Portion, weil ich merke, es tut mir gut. Ich fühle mich dann wohl und ich kann gut schlafen. Und der große Vorteil ist, im Gegensatz zu den Medikamenten, ich bin nicht müde. Ich kann meiner Arbeit nachgehen, ich kann spazieren mit meinem Hund. Jetzt nimmst du diesen Cocktail täglich, jeden Tag? Ja, genau. Und ich spüre, nach wenigen Minuten spüre ich die Wirkung sofort. Das ist wirklich verblüffend. Ich atme vorher schwer und nach zwei, drei Minuten spüre ich, wie sich das beruhigt. Und du hast mir gesagt, dass deine Tochter das auch ausprobiert hat. Ja, sie ist 15 Jahre alt und hat viel Stress in der Schule und hat oft Halsschmerzen. Und sie nimmt, wenn die Halsschmerzen kommen, nimmt sie am Morgen den Aktivator mit dem Curcumin und dann gehen die Halsschmerzen weg. Sie war zuerst etwas kettisch, was denn das, was sie da trinken soll. Und inzwischen verlangt sie das von alleine, wenn die Halsschmerzen wieder kommen. Und dass sie sich unwohl fühlt, weil es sofort geholfen hat. Über Nacht? Ja, sofort. Ja, super, oder? Und jetzt fühlst du dich gut? Ich fühle mich gut, ja. Kannst du mit dem Hund da laufen? Ja, genau. Wieder im Gras und im Wald? Also das heisst, dein Immunsystem hat das gemerkt, ja? Ja, ja. Ich fühle mich gut und der grosse Unterschied ist, dass ich nicht müde bin. Und das ist viel Lebensqualität. Und jetzt kaufst du das Cabrio? Ja, das kommt dann schon irgendwann. Okay. Gut, Deborah, danke vielmals für deine Auskünfte. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute in der freien Natur. Danke. Danke.